Was ist eine Hypothek? Noch einmal der Hinweis, die Videos, die ich im Moment produziere, beziehen sich auf die mündliche Prüfungssituation, weil es hier oft zu Blockaden kommt. Stellen wir uns also wieder vor, der Prüfer, die Prüferin sitzt uns gegenüber und fragt, was ist denn eine Hypothek? Zwei Möglichkeiten, um anzusetzen. Einmal das Hilfsverb ersetzen durch ein anderes Verb. Was macht eine Hypothek? Ist eine Hypothek gut für? Bewirkt eine Hypothek? Wann wird sie gebraucht? Solche Dinge. Oder aber, und das ist der Weg, den ich jetzt gehe und auch empfehle, was ist eine Hypothek? Eine Hypothek ist eine Belastung eines Grundstücks. Eine Belastung eines Grundstücks. Ja, Belastung, aha, okay. Eine Belastung, eine Belastung mit was? Eine Belastung eines Grundstücks mit einem Pfandrecht. Eine Belastung eines Grundstücks oder dieses Grundstücks mit einem Pfandrecht. Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich auch von der anderen Seite sich annähern und sagen, was ist eine Hypothek? Und hier das Hilfsverb ersetzen und sagen, eine Hypothek wird gebraucht, wenn der Eigentümer einen Kredit braucht. Dann kann er das Grundstück belasten und eine Form der Belastung ist die Hypothek. wird gebraucht oder wird eingesetzt, wenn der Eigentümer, ich kürze ab, einen Kredit braucht. Oder man könnte auch sagen, kann eingesetzt werden, denn es gibt ja auch immer noch die Grundschuld. Und das ist die andere Möglichkeit, die viel beliebtere Möglichkeit. Wenn der Eigentümer einen Kredit braucht, dann macht man in der Regel nicht die Hypothek, sondern nutzt die Grundschuld. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema, das ich auch behandeln werde. Aber gehen wir zurück zu unserer Ausgangssituation. Der Prüfer fragt, sagen Sie mal, was ist denn eine Hypothek? Dann können wir sagen, eine Hypothek wird gebraucht oder kann eingesetzt werden, wenn der Eigentümer einen Kredit braucht. Dann ist das eine Sicherheit. Sagt der Prüfer, wunderbar. Gut, richtig. Können Sie es noch ein bisschen weiter erläutern. Genau genommen ist das eine bestimmte Form der Sicherheit, nämlich ein, und das könnte man auch hier unmittelbar sagen, ein Grundpfandrecht. Das heißt, wenn Sie die Zusammenhänge hier verstanden haben, können Sie auch sofort sagen, auf die Frage sagen Sie mal, was ist denn eine Hypothek? Können Sie sofort sagen, eine Hypothek ist ein Grundpfandrecht. So, und dann können Sie erstmal einmal ein- und ausatmen. Denn dieser Begriff muss jetzt erstmal sagen, und der Prüfer wird natürlich fragen, wunderbar, gut, was ist denn ein Grundpfandrecht? Sie können auch auf diese Art und Weise dem Prüfer den Ball nochmal zuspälen, denn Sie wissen ganz genau, was er jetzt sagen wird. Eine Hypothek ist ein Grundpfandrecht. Gut, sagt der Prüfer, was ist denn ein Grundpfandrecht? Können Sie es noch ein bisschen genauer erläutern? Das ist richtig. Und dann können Sie den Weg hier gehen und sagen, nun, ein Grundpfandrecht ist die Belastung eines Grundstücks mit einem Pfandrecht. Ja, Grundpfandrecht. Das heißt, ein Grundstück wird belastet mit einem Pfandrecht. Und wann braucht man ein Pfand als Schuldner, wenn man einen Kredit haben möchte? Das ist eine Hypothek. Sie dient also dazu, einen sogenannten Hypothekarkredit für einen Hypothekarkredit. Das ist ein Kredit, der mit einer Hypothek abgesichert ist. Ja, für was? Für einen Hypothekarkredit. Und jetzt können Sie dem Prüfer eine weitere Brücke bauen. Und Sie können sagen, es gibt noch ein anderes Grundpfandrecht, nämlich die Grundschuld. Und beides sind Grundpfandrechte. Hypotheke und Grundschuld sind beides Grundpfandrechte. Aber, und damit sind wir schon bei der Besonderheit der Hypothek. Die Hypothek ist also ein Pfandrecht, genauer gesagt ein Grundpfandrecht. Ja, hier ist alles drin. Pfandrecht an einem Grundstück. Grundpfandrecht. Und jetzt kommt das Besondere und damit auch der Gegensatz zur Grundschuld. Die Hypothek, ich kürze ab, H für Hypothek, besteht immer in Höhe der Hauptforderung. Das heißt, wenn die Hauptforderung, die Hauptforderung ist natürlich der Kredit, bei 100.000 Euro liegt. Und der Schuldner hat nun von diesen 100.000 Euro, 20.000 Euro schon getilgt. Dann war die Hypothek ebenfalls am Anfang 100.000 Euro und ist jetzt nur noch 80.000 Euro. Und wenn der Schuldner den Kredit, die Hauptforderung, komplett getilgt hat, ist auch die Hypothek getilgt. Ist die Hypothek erloschen. Und das ist eben bei der Grundschuld nicht der Fall. Aber das ist schon wieder Thema des nächsten Videos. Der Prüfer sagt, sagen Sie mal, es ist eine Hypothek. Wir sagen, eine Hypothek ist ein Grundpfandrecht. Also ein Pfandrecht an einem Grundstück. Eine Belastung eines Grundstücks. Wann macht der Eigentümer das? Wann belastet er sein Grundstück? Wenn er einen Kredit braucht, dann ist diese Hypothek die Besicherung des Kredites. Und diese Besicherung steht und fällt mit dem Kredit. Das heißt, wenn der Kredit weniger ist, ist die Hypothek auch weniger. Der Prüfer wird begeistert sein. Sie können dann aber auch direkt weiterreden und dann sagen, wenn ich dann noch das zweite Grundpfandrecht erläutern darf, nämlich die Grundschuld. Da wird kein Prüfer Nein sagen. Der ist ja so froh, dass Sie jetzt reden. Dann sind wir schon beim nächsten Video. Aber vorher möchte ich noch eins sagen, nämlich, dass ich im Übrigen glaube, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.